Willkommen zurück bei Let's Play Skyrim. Hier ist euer etwas lädierter Heddy. Ja, ähm, sagen wir mal so, äh, falsche Taste, doch, richtige Taste. Äh, das soll ich, ja, ähm, Sport ist Mord. Das haben jetzt schon viele Leute erkannt und ich muss das auch erkennen. Wir waren gestern auf einem Sportausflug. Oder Sport also halt in so, wow, wow, okay, ich erzähl später weiter. Ich weiß nicht, was er macht, aber damit kommt er nicht davon. Was ist los? An Khan. Er ist da drin und macht, äh, etwas. Wir wissen nicht was. Wir versuchen gerade hinein zu gelangen. Dafür wird er zahlen. Das kann ich euch versichern. Helft ihr uns hierbei? Wir geben alles, was wir haben. Mir ist egal, was das ist. Ich will, dass es beseitigt wird. Ich will wissen, was er da drin macht. Okay, versuche ich ihm mal zu helfen. An Khano. Was geht hier vor? An Khano. Hört sofort damit auf. Ich verspele es euch. Schau. Ähm. Ist mit euch alles in Ordnung? Könnt ihr laufen? Ich brauche euch. Wir sind in Schwierigkeiten. Mir ist gut. An Khano macht etwas mit diesem Ding, dem Auge. Wir können ihn nicht aufhalten. Ich habe Savos seit der Explosion nicht mehr gesehen. Vielleicht wurde er davon erfasst und ist verletzt. Ihr müsst den Erzmagier finden, und zwar rasch. Macht euch auf den Weg. Was passiert? Mir geht es gleich wieder gut. Ich muss nur erst wieder zu Arte kommen. Sucht Savos. Okay. Nicht wundern, wenn ich etwas hier währenddessen ein wenig Nervennahrung zu mir nehme. Ähm. Ja, okay. Wir sollen Savos suchen. Dann suchen wir den mal. Ein Sport aus Mord im Sinne von... Wir waren auf einem Ausflug und... ...haben Fußball gespielt. Also Cageball. Ich habe einen Ball dermaßen... ...abbekommen. Ist das noch der halbe Körper, oder ist das der ganze? Es ist ein Kanon. Er hat etwas mit dem Auge angestellt. Bei den Neuen. Ist er dafür verantwortlich? Der Erzmagier tot? Da ist doch mehr. Es ist etwas mit winterfestem Geschehen. Sicher hängt es mit dem zusammen, was an Kano getan hat. Ihr müsst dorthin gehen und euch vergewissern, dass es sicher ist. Rasch jetzt, rasch. Ich suche Mirabelle. Wir werden versuchen, es aufzuhalten. Wir sind stark da noch aus, ne? Jetzt will ich den nicht durchsuchen, verdammt. Ich kann den nicht durchsuchen. Wieso kann ich den nicht durchsuchen? Ich kann den nicht durchsuchen, Leute. So, und wo soll ich jetzt was gucken, ob es sicher ist? Moment. Ich bin jetzt gerade etwas... Nein, 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 nein. Ich bin gerade etwas verwirrt. Nein. Ach, die falsche Taste. Falsche Taste. Nein, 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 nein. Wo soll ich gucken, ob es sicher ist? Ich, äh, verstehe nicht. Hallo? Hallo? Also, das zeigt der Fall mir doch sogar hin. Okay. Beschütze die Stadt Winterfell... Ach du Scheiße. Na, was kommt denn jetzt? Was ist los? Was ist da drinnen geschehen? Äh, welchen Drachenruf habe ich gerade ausgewählt? Apropos. Verdammt, ich habe den Namen vergessen. Scheiße. Ähm, mir hat jemand geschrieben, dass ich diese Schreie lernen kann. Hier. Aktivieren. Seele benutzen. Ja. Etikisch halt. Der Turm greift in die Leere selbst und verändert deine Form. Du kannst weder verletzen, noch jemanden verletzen. Mal eben schauen, wie das aussieht. Das ist, äh, cool. Interessant. Das ist gut zu wissen. Vielen Dank an, äh, ja. An, an wen auch immer. Hm. Es tut mir leid. Es ist für mich leid. Ach, mein Gott. Ist das scheiße. Egal. Trotzdem vielen Dank. Du wirst schon wissen, wen ich meine. Ähm. Wir machen trotzdem, äh, Wirbel, bitte, Brunner, Brunner, Brötlöscher, Macht, natürlich. Aktiv. Fuckin. Labatt, da war da. Ja, ich stehe ein bisschen neben mir. Oh, das Huhn läuft schon weg. Das ist nichts gut. Tschüss. Ich bin fast tot. Moment mal. Gott, du mich verarschen. Ich, ich verstehe gerade irgendwie nur die Hälfte von dem, was hier gerade passiert. Ich werde nicht weichen. Ja. Das war vielleicht jetzt nicht die beste Idee. Ich glaube, der stirbt gleich. Was? Was soll ich denn machen? Hm. Pff. Ja, Leute. Ich habe gerade... Jetzt wirklich ahnung, was ich machen soll. Fackel, Eis, Stache. Ja, ich brauche nur einen Flammen rein. Ich weiß nicht, warum ich mich treffe. Dann habe ich kein Mana mehr. Ach, was ist das denn hier? Komm, hau mir das Ding mal rein hier. Da, da. Ich habe jetzt einen Flammen, mal eine Flammen und ein Oh, ich verbrenne gerade meine eigene Wand. Ja, sehr gut. Machen wir mal hier weiter. Alter, wisst ihr, wie lange ich da flambieren muss, bis ich einfach den Tod habe? Gibt es irgendwie eine schlellere Methode, die umzubringen? Ich will den ja nicht abfackeln. Alter. Okay. Ey, das gefällt mir hier gerade gar nicht, muss ich ehrlich mal so dazu sagen. Das ist nicht gut, gar nicht gut. Und da sind natürlich noch mehr. Vielleicht kann ich die mit Funken besser besiegen. Versuchen wir es mal. Wo haben wir denn Funken? Haben wir Funken überhaupt hier drin? Zombie erwecken. Aber wir haben keine Zombies hier. Also versuchen wir es doch mal mit Funken. Zerstö- Ach, egal. Ich habe noch mal. Funken. Und mit... Ja. Ja. Ja, mach mal einfach so. Das zieht nicht wirklich mehr ab. Das zieht mein Feuer mehr ab. Aber es ist schön, dass der da bleibt. Dann kann ich noch ein Stück Schokolade essen. Hm. Und hier haben wir mit dem Fußball, habe ich halt... ...einen Dederball genau zwischen drin bekommen. War jetzt nicht so toll. War... Also ich meine, war jetzt nicht toll, meine ich damit. jetzt sitze ich hier ein bisschen dumm rum kann mich kaum bewegen aber egal so da kommt auch schon der nächste na heute die freunde uns da stopp unerbützliche macht bitte aus aus wo es kopf war das war fast daneben na komm schon her da kaum noch mal aber ich noch ein wenig machst mir auch aber jetzt mein freund hier er hat erfahrung mit euch wo ist er hin du haust auch ab ok so mache ich flammen auf zwei aua 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 mache ich flammen auf zwei tasten das ist ein scheiß ohne spaß Leute geprellte Rippen sind nicht gut da kommst du jetzt wieder bist du denn extra in extra in alles muss verstärkt sein ja sehr schön jetzt hätte ich nur eine einzige fragt sich nur wo die ist die muss ja irgendwo in der Stadt sein ich bin auf der Suche nach einem kleinen blauen Geist heißt Fridolin hat jemand Fridolin gesehen Fridolin ich vermisse ich vermisse Fridolin ganz dolle finder lohnt zwei Euro also unser lieber Fridolin ist irgendwie nicht hier warum ist da hinten ein Ziel markiert warum ist da hinten ein Ziel markiert warum hab ich da das soll weg da ist das scheiß wo ist der letzte Geist Fridolin ja wo finde ich den denn jetzt ich verarschen ok sprinten wir mal ein wenig rum Hallo mein Freund Schneepuchs aber ich sehe hier nirgendwo irgendwie mein Fridolin Fridolin ich wollte euch gerade fragen ob ihr ihn seht aber das hätte mir auch nicht viel gebracht wenn ihr ihn seht das hätte mir so im Nachhinein aufgefallen was soll das oh wo kommt der Geist denn dahin ist runtergefallen ja muss doch irgendwo sein oder sollte ich mal zu dieser markierten Stelle da laufen ich weiß es nicht obwohl ich ich hab die nicht markiert eigentlich ach komm einmal guck ich da noch auf der Brücke komm einmal guck ich da noch auf der Brücke